Hallöchen Nachbarn, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lords of the Fallen. Ich habe meine Performance-Probleme lösen können. Wie? Ich habe einfach die Texturen-Qualität um eine Stufe nach unten geschraubt und zack, ging's. Geil, oder? Super. Superflüssig ist es jetzt und wir stürzen jetzt einfach mal weiter ins Abenteuer. Hier war ja nischt, so was ich das überblicken konnte. What is it? Hallo? What is it? Hallo? Oh, spooky. Okay, gehen wir mal hier lang. Was habe ich eigentlich für Waffen hier? Die Axt, der Knüppel, der... Ich habe da doch schon wieder was gehört. Geh aus dem Weg. Ich suche einen Mann namens Kaslo. Moment mal. Ich kenne dich. Du solltest im Gefängnis sitzen. Jeder kennt deine Verbrechen. Der da. Kommt er durch? Ein Roga-Herrscher hat ihn fast auseinandergerissen. Kaslo ist auch verletzt. Ich muss ihn finden. Kaslo wurde in der Zitadelle versorgt. Er sucht jetzt nach etwas, das er Wegporte nennt. Oh, die Wegporte. Haben wir doch schon mal gehört. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Dieser Mann braucht Hilfe. Ich suche jemanden in der Zitadelle. Vielleicht hat Kaslo keine andere Wahl gehabt, als sich mit einem wie dir einzulassen. Aber mir reicht ein Blick, um zu erkennen, was du wirklich bist. Bleib schön hier draußen. Er sucht nach dem Ort, von dem aus die Roga in die Abtei eindringen. Geh zum Friedhof. Du hast hier Feinde. Und zwar nicht nur die Roga. Geh jetzt und bleib von mir und meinen Männern fern. Was ist ein Arsch, weißt du? Ich zerschnetzel die hier alle. Hier abzappelt. Bomb. Was mir übrigens aufgefallen ist, also... Huch. Natürlich sieht das geil aus, so dicke Rüstungen und so, ne? Aber das ist halt... Das ist Unreal Engine, ne? Das ist, äh... Oh, wir sind da hinten. Da ist immer... Starke Männer in dicken Panzer rum. Dit is Unreal Engine... Par excellence. So, gehen wir jetzt lang. Oh. Yeah, rein da. Geh mal was cooles. Geh jetzt, äh... Gib mir das. Oh. Ach du Scheiße. Das war so ne verkackte Scheißidee, ey. Lass mich n'ruf. Irgendeiner schießt da auf mich. Okay. Alter. Hör auf. Komm, mach. Hier. Lock. Lock den da. Fuck. Ich weiß nicht, wie ich hier bin. Ich weiß nicht, wie ich hier bin. Hehehe. Schawong! Jawoll. Komm her! Ih, nein! Da hab ich Lust! Mist, Biest, ey! So, oben! Und ruf! Kopfmassage. So, der Tonmonster, jetzt sind das hier. Nimm dir das. So, und jetzt kann ich, oh, ein, ein Kampfstab. Irgendwas cooles, das sie bekommen, außer diesem Kampfstab? Nö. Mh. Finde die verborgenen Schätze? Wat? Was ist hier kaputt? Ich versteh das nicht. Hoa! Fuck, das dauert zu lang. Okay, irgendwo ist hier noch einer, in dem er nichts Gutes will. Ohm. Zack. So, welche verborgenen Schätze haben wir denn jetzt hier? Okay. Renne ich da jetzt einfach weiter? Ich weiß es nicht, was soll ich tun? Aua! Aua! Alter! Mistvieh, ey! Ey! Erkunden, überleben, plündern, immer noch. Okay, gehen wir wieder zurück hier. Zack! Und dann da lang. Hiiii! Oh, schön! Oh, schön! Sehr einfach. Das war jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht. So, nehmen wir wieder die Haut-drauf-Keule. Oh, crap! Oh, crap! Was ist das denn für einer? Oh, crap! Der hat einen riesen Schild! Alter, spinnst du! Alter, spinnst du! Fuck, fuck! Komm! Mach, mach dein... Schwert-Ding. Ey, dein Schild-Ding. Mach! Ach. Oh, und zurück. Du willst tanzen. Alter. Nein. Nicht auf. Mein schöner Zauber. Kaplomm. Es hört jetzt auf, Mann. Mann, wie töd ich den denn? So. Jetzt aber. Komm. Wee. Scheiße. Alter, ist der nervig. Geht doch. Da ist er platt. Da ist er platt und... Wut? Wut? Hallo? Oh, ist jetzt schön. Oh Gott, noch so einer. Nehmt auch mal die... Druckwelle. Fuck. Ja, das war jetzt nicht so geil. Wee. Halt's doch scheiße. Halt's doch scheiße. Ohm. Diese Schildfuzzis sind echt kacke. Alter, ich hab mein Schild oben. Und das dauert zu lang. Warte mal, vielleicht wenn ich, äh... mein Schild wechsle... auf... dieses jenes. Hallo, wieso hat er denn jetzt nicht in das Schild geschlagen? Wee. Jetzt drehen wir uns mit der eigenen Achse. Geil. Super. Ja, der kann nach hinten schlagen. Ist klar, Mann. Uff. Oh, Mann, ey. Wie nervig. Oh, was ist das? Ich muss den Signalfeuerturm auf der anderen Seite des Friedhofs erreichen. Das ist Selbstmord, doch... Doch ich hab keine Wahl. Es ist unsere einzige Hoffnung auf Hilfe. Wenn es denn noch jemanden gibt, der helfen kann. Vielleicht kann ich mich da anschleichen. Achtung. Lalalalala, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ich hack dir meine Schädel... Äh, meine Achse in deinen Schädel. Ich ramme meinen Schädel in deine Achse, genau. Hör auf! Geht doch. So, hier gibt's aber nichts. Toll. Ich könnte jetzt da lang... Ich könnte auch hier speichern. Und da weitergehen. Ah. Komm, machen wir Charakterentwicklung. Pling. Wir nehmen... Was nehmen wir denn? Wir nehmen... Noch ein bisschen Ausdauer, würde ich sagen. Und... Ja, komm, wir speichern auch. Speichern. Hui. Okay, jetzt... Ich glaube, ich gehe erst da hinten lang. No, Forrest. Hui. Dam, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam. Wupp. Achso, das ist das Brutal. So. Was ist das hier? Nimm das. Blutiger Feuerstein. Huuu. Sehr schnetzelt. Was ist denn da unten? Kann ich da hin? Scheine ich nicht. Und das Feuer könnte näher kommen. Ich glaube nicht, dass es noch viel länger... Durch sein wird. Spinnt der? Ey, da wollen wir wehtun, ey. Ey, so ein Affenarsch. Na gut, dann gehen wir den ganzen Weg zu-rück. Haben wir sonst nichts zu tun. Ja, schnauf ein bisschen. Jetzt lauf wieder. Schmeckt wohl, du wärst ein Rennauto? Oh, Loot. 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 Die Axt ist gar nicht so schlecht. Die ist nämlich schön schnell. So, kommen wir zu dem Typen da. Oh. Fuck. Mist, ich kann mit dem Scheißding nicht blocken, ey. Weil ich meine ganze Ausdauer verbrauche. Und in den Schädel hinein. Jawohl. Alter, ist das gut. Ist das gut, ey. So, komm her. Die Lage gerät außer Kontrolle. Die Dorfbewohner sammeln sich vor dem Kloster und verlangen Zuflucht. Wir können keine weiteren hereinlassen. Sonst verhungern wir alle. Antanas hat uns befohlen, das Tor zu schließen. Ich verstehe seine Beweggründe. Aber das sind Menschen. Er sollte sie retten. Oh, fuck. Da sind noch zwei, oder? Ich hatte erst einer gesehen. Ich hatte erst einer gesehen. Okay, sehr gut. Sehr gut. Komm mal nochmal hier. Oh. So, komm her. Bam, bam. Fuck. Komm, ich schaff's. Ich schaff's. Ich komm hinter dich. Geil. Ach, shit. Dann hätte ich mich anschleichen können. Machen wir hier noch unsere Tänzchen. Komm. Na, komm. Ach, Alter, ey. Dann haben wir hier Granate, Geschoss. Bom. Bom. Und weg mit dir. Geht doch. Oh. Ach nee, das war mein Zauber. Ah. Was? Was? Schieb nicht wieder auf. Hör auf. Alter. Ich bin mal wieder ein bisschen verloren hier, ey. Jawohl. Ja. Ja. 1000 EP. Alter, gut. Zack. What? Wo kommt denn der? Und der? Lässt du mich erst um den da kümmern? Ja. Ja. Oh. Plank. Okay. Leuchtfeuer ist entzündet. Das ist doch bestimmt gut. Wo kam die denn jetzt her? Von hier, ne? Hoffentlich sieht er mich nicht. Hoffentlich sieht er mich nicht. Achtung. Nein. Boah. Der hat hier sehr schnell. So. Jetzt mit der eigenen Keule dricks da ins über. Ich finde die Axt eigentlich am coolsten bis jetzt. Oder am, am, am spielbarsten. Nennen wir es mal so. Geh rein da. Schild hoch. Ho. Ho. Gib mir das. What is it? What is it? Faustschild. Wappenschild. Ich habe ein neues Schild. Wie lächerlich das Faustschild ist, ey. Wappenschild. Das ist der schwere Schild ja besser. Ach, Mann. Komm, wir bleiben mit dem da. Ja, er ist allein und verwundet. Ich habe es mittlerweile gecheckt. Meine Güte. Ich weiß doch nicht mal, wo ich hin muss. Oh. Ah. Ah. Wie bin ich denn da hingekommen? Hä? Warte mal. Hä? Ich bin heute da komplett hier runtergelaufen. Äh. Ach, gehen wir einfach mal zum See nach unten. Ne Runde planschen. What's that? Oh, 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 oh. Was bist du denn? Oh, 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 oh sogar zwei von denen Komm, komm erstmal hier hoch, komm mal hier hoch Fuck, 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 fuck Das Ding braucht zu viel Energie zum Alter Mistvieh Der sieht aus wie der Friedhof Bam Druf Hm Ich würde ja Ne, ich muss nochmal zurückgehen Ich muss nochmal zurückgehen hier Warte Nochmal nach oben Ich wollte gerade sagen, ich kann ja da abkürzen, aber das ist voll gelogen Das geht gar nicht, da kann man nicht abkürzen Ach, Moment, ist von der anderen Seite verschlossen Konnte man denn weiter nach unten? Konnte man weiter nach unten? Ich hoffe es doch Hier hin beispielsweise Wenn ich einfach runterjumpe Uh, versteckte Loot, geil Da, 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 da Großschwert der Wache Hammer Was kann das Ding? Zeig mal Äh Nicht so geil, ne? Nö Nö Scheiß, wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich? Gräber muss man pflegen Und darf sie nie vergessen Ich kümmere mich mit Freude um die Toten Bis ich mich eines Tages zu ihnen geselle Sollte ich jemals Grund zur Furcht haben Kann ich mich in einen der heiligen Schreine des Friedhofs zurückziehen Sie werden mich vor dem Bösen bewahren Denn sie wurden zu der Zeit errichtet Als die Abtei erbaut wurde Um Kreaturen aus anderen Welten fernzuhalten Damit sie nicht zu unseren begrabenen Helden gelangen Oh Kacke! What? Nein! Wer bist du? Okay, jetzt kann man zumindest noch ein bisschen blocken Weg, weg, weg Fuck Weg, 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 weg Nein! Bomm! Nein, nein, nein! Shit, shit, shit Schild hoch, schild hoch Was macht der denn jetzt? Was macht der? Wat? Bitte was? Weil das woAR YY fuckin Ehm 100 Nein! Es wären zwei Punkte gewesen Scheiße! OK Nachbarn Bis zum nächsten Mal Macht's Jut, cCchao! Untertitelung des ZDF, 2020